Hallo zusammen, mein Name ist Eli Simic und heute schauen wir uns den Hancock Ventus S1 Evo 3 an. Und was dieser alles kann, das sehen wir jetzt. Er wird als hervorragend und als vorbildlich in den Testberichten bewertet. Die ineinander verzahnte Profilblöcke sorgen für eine deutlich verbesserte Kurvenstabilität, auch auf nassen und auf trockenen Strassen. Die Aquapine Laufflächenmischung sorgt für eine erhöhte Laufflächenhärte und Stabilität, sowie für eine exzellente Performance bei Ness. Die hochfesten Gürtel absorbieren effizient die äusseren Einwirkungen und erhöhen dabei die Langlebigkeit des Reifens und den Fahrkomfort. Und durch die Erhöhung der Bindekräfte zwischen dem Reifen und dem Rad wird auch bei hoher Beschleunigung der Sitz des Reifens optimal gewährleistet. Und das EU-Reiflabel ist beim Nassfahrverhalten, bei einem A, beim Spritverbrauch, bei einem C und er ist 75 Dezibel laut. Wenn du auf der Suche bist nach einem Performance-Reifen, der ausgezeichnet ist und auch z.B. von BMW, Porsche oder Audi gewählt wird, dann ist das dein Reifen. Hast du noch Fragen? Dann ruft doch bitte unseren Experten von e-Pneu an. Sie werden dir sehr gerne weiterhelfen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch am besten unseren Kanal, aktiviere gleich das Klöppchen, dann verpasst du auch kein Video mehr und gib uns auch gleich noch einen Daumen hoch. Und ich würde sonst sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.